Ich glaube, die Admiral Zweiter Liga hat in den letzten Jahren gezeigt, wie spannend sie ist und wie gut der Platz der Admiral Zweiter Liga in der Fußballlandschaft Österreich ist. Die Entwicklung ist großartig, man kann sich auch nur bei unseren Medienpartnern bedanken, dass eben die Admiral Zweiter Liga so gebummt hat und im Prinzip auch der Boom aus meiner Sicht definitiv so weitergehen wird, vor allem mit den Klubs, die derzeit drinnen sind, der älteste Klub Österreichs, der jetzt wieder dabei ist, bis hin zur Admira, die halt leider abgestiegen ist, aber jetzt auch ein Traditionsverein in der Admiral Zweiter Liga spielt und ich glaube, das wird sehr spannend. Wir wollten definitiv mehr Punkte erreichen, als die 28 erreichten. Um das zu verbessern, werden wir hart arbeiten, dass wir es dieses Jahr schaffen und den nächsten Schritt tatsächlich bewirken können. Ich erwarte mir bei uns, dass die Entwicklung der Jungs nach oben geht, dass sie sich weiterhin gut präsentieren und dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.